Herzlich willkommen auf der Seite der Silvio Gesell Tagungsstätte in Wuppertal. Ich bin Andreas Bangemann und freue mich, Ihnen mithilfe einiger Bilder ein paar Eindrücke von unserem Haus vermitteln zu dürfen. Unser Haus bietet Gruppen bis 50 Personen ausreichend Platz für Seminararbeit, Vorträge, Tagungen oder Workshops. In Reihenbestuhlung haben wir schon Veranstaltungen bis 100 Personen durchgeführt. Auch für private Feierlichkeiten bieten sich unsere Räume an. Derzeit verfügen wir über 25 Betten in 16 Zimmern. Diese können nicht nur im Rahmen von Seminaren genutzt werden, sondern stehen Ihnen auch als Übernachtungsmöglichkeiten für Ihren Aufenthalt in Wuppertal oder Umgebung zur Verfügung. Nutzen Sie unsere Buchungsmöglichkeit hier auf der Seite oder rufen Sie uns einfach an. 02053 423 766. Gerne machen wir Ihnen ein Angebot, das auf Ihre Wünsche zugeschnitten ist. Ich würde mich freuen, schon bald von Ihnen zu hören. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020